Wir schocken uns links, oder? Ja. Es ist gar kein Zeitpunkt. Wurf! Oh. So. Ihr könnt auch wieder springen auf die Dinger. Interrupt, glaube ich. Jetzt kommt der Wurf gleich, glaube ich. Ich glaube, wir sind schlecht bei dem Boss. Ja. Und die Pressen müssten jetzt das nächstes gucken. Ja. 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 Was ist hier passiert? Einfach immer links, rechts. Was kann ich denn gegen den Shit machen, wenn er mich in der Hand hat und es klappt? Klappt. Da brauchst du einen Exxion cooldown, oder? Du ziehst davor ein. Und der Tank, den er nicht in der Hand hat? Wie gesagt, ihr könnt springen, dann kommt ihr schneller vorwärts. Weg vom Pfeil. Ja. Nutzt ruhig die Zwischenräume, wo ihr mich gezogen werdet. Auf hin. Kein Wehr. Auf hin. Warum nicht? Der Tank Nussack schon wieder gestorben ist. Oh man. also beide wer da neun gebt Nusshock dann sofort auf jetzt weiß ich nicht was er macht Pains up auf Nusshock hab ich nicht ja hat noch gepasst jetzt müssen wir glaube ich nach Sturmfeuer weg von Nusshock also von den Pfeiern jetzt kommen beides zusammen hier hier Untertitelung des ZDF für funk, 2017